Im Jahr 1984 trafen die Behörden in Tampa, Florida, auf eine besorgniserregende Zunahme von Unfällen unter Frauen. Die Polizeiabteilung begann eine gründliche Untersuchung dieser Vorfälle und entdeckte Verhaltensmuster, die auf die Aktivitäten einer einzigen Person hindeuteten. Die Ermittler sammelten genügend Hinweise, um anzunehmen, dass die Verbrechen miteinander in Verbindung standen. Diese Person, offensichtlich auf Frauen ausgerichtet, erregte die Besorgnis der lokalen Bevölkerung. Die Intensität und Systematik seiner Handlungen warfen ernsthafte Fragen zu seinen Motiven auf. Diese Informationen waren entscheidend für die Fortsetzung der Untersuchungen. Das Geheimnis wurde eines Nachts im November desselben Jahres gelüftet, als eine junge Frau, die mit einer Bedrohung konfrontiert wurde, die Gefahr abwenden konnte und entscheidende Aussagen machte. Bobby Joe Long war kein Rätsel mehr. Dieser Straßenmann war nicht nur ein unbedachter Verbrecher, sondern auch ein hingebungsvoller Familienmensch. Und niemand wusste, wie es kam, dass er in den letzten Monaten für die Bewohner von Tampa zu dem wurde, was er war. Robert Joseph Long, geboren am 14. Oktober 1953, war das Ergebnis einer Beziehung zwischen Joe Silhouette und Long. Dieses Paar, das zu dieser Zeit in Kingstown, Virginia, lebte, trennte sich, als Bobby nur zwei Jahre alt war. In der Hoffnung auf eine bessere Zukunft für ihren Sohn zog seine Mutter mit ihm nach Florida. Lou glaubte immer, dass ein Umzug in ein wärmeres Klima ihr und ihrem Sohn Bobby Freude bringen würde, aber das Schicksal hatte andere Pläne. Mit der Zeit, als Bobby älter wurde, wurde das Leben immer schwieriger. Ein kleiner Fehler von Lou führte zu einem traurigen Vorfall, als der sechsjährige Bobby von einem Auto angefahren wurde und eine Kopfverletzung erlitt. Später benötigte er eine Operation am Kiefer und er begann zu realisieren, dass sein Leben nicht einfach sein würde. In der Zwischenzeit traf Lou auf eine Reihe von Schwierigkeiten. Sie litt sehr unter der Last, allein für ihren Sohn sorgen zu müssen und unter ihrer stressigen Arbeit. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten musste sie eine Arbeit in einer Bar annehmen, wo sie oft leichte Kleidung tragen musste. Lou, die attraktiv war, zog die Aufmerksamkeit der Gäste auf sich. Bobby, der alt genug war, um dies zu bemerken und zu verstehen, litt unter der neuen Arbeit seiner Mutter. Mit der Zeit begann Lou, verschiedene Männer zu sich nach Hause einzuladen, was für Bobby zur täglichen Realität wurde. Er war tief enttäuscht vom Lebensstil seiner Mutter, was seine inneren Kämpfe verschärfte. Bobby begann, den Umgang mit seinen Klassenkameraden zu meiden, da seine unvorhersehbare Reaktion auf jegliche, auch geringfügige, Provokation ihnen Angst machte. Als Bobby elf Jahre alt wurde, begann sein Körper sich zu verändern, was die Aufmerksamkeit der Umgebung auf sich zog. Er versuchte, seine wachsende Brust zu verbergen, indem er weite Hemden trug. Dennoch bemerkten seine Altersgenossen bald die Veränderungen und begannen, den Jungen zu hänseln. Seine Mutter Lou, die davon erfuhr, brachte ihn zu einem Arzt, wo sich herausstellte, dass Bobby das Peter-Syndrom hatte, eine erbliche Krankheit, die mehrere Mitglieder ihrer Familie betroffen hatte. Das erklärte, warum sein Körper einen Überschuss an Östrogen produzierte, was zur Entwicklung weiblicher Merkmale führte. Bobbys Kindheit wurde getrübt, und um sein Leiden zu lindern, unterzog er sich einer Brustverkleinerungsoperation. Trotz der körperlichen Verbesserung blieb seine Stimmung gedrückt, bis er mit 14 Jahren Cindy Brown traf. Ihre Teenager-Liebe war stark, und Cindy, die seine Schwierigkeiten verstand, sah seine wahre Seele. In ihrer Nähe fühlte sich Bobby aufrichtig und liebevoll, was ihm half, Harmonie zu finden. Mit 17 Jahren, bestrebt, ein neues Leben zu beginnen und die unangenehmen Erinnerungen hinter sich zu lassen, trat Bobby in den Militärdienst ein. In der Armee zeichnete er sich unter seinen Altersgenossen aus, doch für vollständiges Glück reichte das nicht aus. Er beschloss, Schritt für Schritt voranzugehen, strebend nach einem besseren Leben. Im Januar des 74. Jahres nach seiner Rückkehr vom Militärdienst machte Bobby Cindy einen Heiratsantrag und sie stimmte freudig zu. Ihre Hochzeit war wie ein Traum, verwandelte sich jedoch bald in eine Serie von Herausforderungen. Drei Monate nach der Hochzeit verunglückte Bobby schwer und landete nach einem Motorradunfall mit einem Auto, bei dem er 30 Meter weit geschleudert wurde, für einige Tage im Koma im Krankenhaus. Als Bobby zu sich kam und nach Hause zurückkehrte, wurde sein Verhalten unberechenbar. Von einem charmanten Mann verwandelte er sich und Cindy fand sich in einer schwierigen Lage wieder. Die Veränderungen in seinem Charakter begannen, ihr gemeinsames Leben zu beeinflussen. Obwohl einige Momente ruhig waren, waren andere voller Spannung. Cindy bemühte sich, diese Meinungsverschiedenheiten zu ertragen, um das familiäre Wohlergehen zu bewahren, selbst nach der Geburt ihrer Kinder Chris und Sarah. Mit den Jahren teilte Cindy ihre Sorgen selten, da sie sich wegen der Situation zu Hause unwohl fühlte. Eines Tages, während eines Streits, ereignete sich ein Unglück, das zu ihrer Hospitalisierung führte. Dieses Ereignis wurde für Cindy ein Moment der Erkenntnis, dass Veränderungen notwendig waren, doch Entscheidungen brauchen Zeit. Cindy war besorgt über die Zukunft ihrer Kinder, da sie wusste, dass sie unter dem Verhalten ihres Vaters leiden könnten. Sie beschloss, die Situation zu ändern. In der Nacht, als sie nach Hause zurückkehrte, nahm sie ein geladenes und einsatzbereites Gewehr und stand um vier Uhr morgens am Bett ihres schlafenden Mannes, bereit, sich ihm zu stellen. In dem Moment, als sie bereit war, einen entscheidenden Schritt zu tun und diese Lebensphase zu beenden, klingelte der Wecker, der die Zeit signalisierte, zur Arbeit zu gehen. Bobby wachte auf und sah den Lauf des Gewehrs vor sich. herausfordernd blickte er Cindy an und drängte sie zur Entscheidung, aber sie konnte es nicht tun. Ihr Hauptziel war es, bei ihren Kindern zu bleiben und das Gefängnis zu vermeiden. Schließlich forderte sie noch am selben Tag die Scheidung. Bobby stimmte zu und verließ das Haus. Es schien, als hätte er selbst auf diesen Moment gewartet. In den 80er Jahren, als Bobby ging, begann die angespannte Atmosphäre im Haus, sich zu zerstreuen. Ohne seine üblichen Opfer zog er nach Tampa, wo er ein neues Leben begann, das bald zu Misserfolgen bei den Einheimischen führte. Ohne Cindy suchte Bobby nach Wegen, seine Bedürfnisse zu befriedigen, was zu neuen Konflikten führte. Bobby entwickelte komplexe Pläne, um seine ungewöhnlichen Interessen zu befriedigen, indem er Zeitungsanzeigen für den Verkauf verschiedener Artikel studierte. Er beabsichtigte keine Käufe. Sein Ziel war es herauszufinden, wer sein neuer Bekannter werden könnte. Üblicherweise rief er morgens aus der Anzeige an, unter der Annahme, dass zu dieser Zeit Männer bei der Arbeit und Frauen allein zu Hause wären. Bobby vereinbarte ein Treffen, um angeblich die Ware zu besichtigen. Wenn er ankam und eine Frau allein vorfand, begann er seinen heimtückischen Plan umzusetzen, dessen Details ich wegen der YouTube-Regel nicht erzählen kann, aber sie können sich alles selbst vorstellen. Wenn die Frau jedoch nicht allein war, entschuldigte er sich und ging. In einer Situation war die Frau mit Kindern und Bobby führte seine heimtückischen Pläne direkt in ihrer Anwesenheit aus. Trotz des wachsenden Unbehagens in der Gegend und der Zunahme ähnlicher Vorfälle blieb seine Identität unbekannt. Trotz der Beunruhigung in der Gegend und der zunehmenden Sorge unter den Nachbarn wegen der steigenden Zahl ähnlicher Vorfälle verbarg Bobby weiterhin seine Identität. Über drei Jahre folgte er seiner entwickelten Strategie und berührte das Leben von mehr als 50 Frauen, wofür er inoffiziell den Spitznamen der Anzeigenschalter erhielt. In den 80er Jahren brachten seine Methoden nicht mehr die frühere Befriedigung. Obwohl er die Hausfrauen als würdige Menschen sah, trieb ihn innerer Zorn dazu, nach neuen Formen des Ausdrucks seiner Gefühle zu suchen. Die Feindseligkeit, die er angesammelt hatte, forderte einen neuen Ausweg. Im Jahr 1984 erlebte die Stadt Tampa eine Reihe von traurigen Ereignissen, die am 11. Mai begannen, einem Tag, an dem in den USA der Muttertag gefeiert wird. An diesem Tag stieß die Polizei im Süden der Stadt auf einen Fundort, der die Ermittler vor ein Rätsel stellte. Dort fanden sie nicht nur Reifenspuren, sondern auch Fragmente eines roten Stoffes, vermutlich von einem Teppich, die zu einem Schlüsselelement der Untersuchung wurden. Bobby Joe Long, ein Einheimischer, zeigte Interesse an einer bestimmten Kategorie von Frauen, was Experten auf seine komplizierten familiären Beziehungen zurückführten. Seine Handlungen führten dazu, dass er im Zentrum mehrerer Vermisstenfälle stand. Kent Hill Long, eine 20-jährige Tänzerin, wurde in einer ungewöhnlichen Position gefunden, was viele Fragen bei den Ermittlern aufwarf. Einige Wochen später wurde ein weiterer Fall auf einem offenen Feld entdeckt. Die Umstände und Beweise am Tatort ähnelten dem ersten Fall, was die Ermittler dazu veranlasste, ihre ursprüngliche Theorie, dass es sich um einen isolierten Vorfall handelte, zu überdenken. Diese Ereignisse führten zu ernsthafter Besorgnis in der Gesellschaft und waren der Anlass für Veränderungen in der Herangehensweise an ähnliche Untersuchungen. Als die Spannungen in der Stadt zunahmen, unterstrich das Eingreifen des FBI die Ernsthaftigkeit der Lage und drängte auf schnelle Maßnahmen, um weitere Vorfälle zu verhindern. Sie erkannten, dass sie es mit einer Person zu tun hatten, die zu extremen Maßnahmen bereit war. Bobby Joe Long, der seine wahre Natur verbarg, wurde zur größten Gefahr in Tampa, während er sich in Miami als fürsorglicher Vater darstellte, der gerne Zeit mit seinen Kindern verbrachte. Einen Monat zuvor hatte Bobby drei Frauen Unrecht getan und bald darauf begann die Anzahl der Vorfälle zu steigen. Seine Methoden ähnelten sich, waren aber nicht identisch. Einige wurden Opfer von Unglücksfällen, andere litten unter scharfen Gegenständen oder anderen Zwischenfällen. Es gab jedoch ein klares Muster. Alle Betroffenen hatten eine Verbindung zu ihm und an jedem Tatort fanden sich Spuren von rotem Fasermaterial. Bobby wählte seine Ziele aus, verborgen im Schatten. Doch er ahnte nicht, dass die junge Lisa McVeigh genug Kraft und Verstand besaß, um sich zu wehren. Am Abend des 3. Novembers 1984 verließ die 17-jährige Lisa gegen 2 Uhr nachts den Crispy-Creme-Laden und machte sich auf den Heimweg mit ihrem Fahrrad. Auf dem Rückweg bemerkte sie eine Gestalt bei einem Auto nahe einer Kirche. Als sie vorbei fuhr, hielt Bobby Long sie an und zwang sie unter Drohungen, in das Auto zu steigen, verband ihr die Augen und fuhr sie zu sich nach Hause, ohne zu ahnen, dass diese Begegnung seine Pläne ändern würde. Lisa war immer ruhig und konzentriert. An jenem Tag war es ihr Hauptziel, den Ort so schnell wie möglich zu verlassen. Ihre unglaubliche Fähigkeit zur Selbstkontrolle half ihr, selbst in der schwierigsten Situation ihres Lebens gesammelt zu bleiben. Als sie im Haus ankam, bat ein Mann namens Bobby sie, sich auf den Boden zu legen und begann dann, lange über seine Lebensenttäuschungen zu sprechen. Er redete 26 Minuten lang ohne Unterbrechung. Lisa, in seiner Gewalt, hörte seine verbalen Angriffe. Als sie ihn nach den Gründen für sein Handeln fragte, gestand Bobby, dass seine Aktionen durch vergangene Kränkungen motiviert waren. In diesem Moment erkannte Lisa, dass sie vorsichtig sein musste, um seine Aggression nicht zu provozieren. Sie begann, ihn zu überzeugen, dass sie seine Unterstützung sein könnte. Lisa schlug vor, ein neues Kapitel in seinem Leben zu beginnen, in dem sie seine zuverlässige Begleiterin sein würde, was ihre Fürsorge zeigte und in ihm das Potenzial für Güte sah. Mit ihrem Verstand bemühte sich Lisa, die Situation zu kontrollieren und bemerkte, dass Bobby offener wurde. Sie bat ihn, kurz das Badezimmer zu besuchen und hinterließ absichtlich ihre Fingerabdrücke an verschiedenen Stellen im Haus, damit sie im Falle eines Falles als Beweis für ihre Anwesenheit dienten. Nach 26 Minuten in Gefangenschaft befahl Bobby, ihr aufzustehen und ins Auto zu steigen. Auf das Schlimmste vorbereitet, merkte sich Lisa jedes Detail in ihrer Umgebung und obwohl ihre Augen geschlossen waren, gelang es ihr zu erkennen, dass das Auto orange war. Auf dem Armaturenbrett des Dodge Magnum war der Modellname eingraviert und rote Fußmatten waren im gesamten Innenraum verstreut. Während der Fahrt flehte Lisa den Fahrer, Bobby, an, sie in Ruhe zu lassen. Schließlich setzte er sie in der Nähe ihres Hauses ab, nachdem er erkannt hatte, dass sie keine Bedrohung darstellte. Lisa zögerte nicht und ging sofort zur Polizei, um von ihrer jüngsten Angst zu berichten und die roten Fußmatten zu erwähnen, die sie im Auto gesehen hatte. Dieses Detail erwies sich als entscheidend, da die Behörden schon lange versuchten, eine Verbindung zu einer Reihe von jüngsten Vorfällen herzustellen. Die Ermittler beschleunigten die Vorbereitungen für eine Operation, nachdem in der Stadt ein weiteres Opfer gefunden wurde. Drei Tage später entdeckten sie das gesuchte Fahrzeug. Der Fahrer, der sich als Bobby Joe Long ausgab, wurde festgenommen. Der Verdächtige war nun in den Händen der Justiz und es blieb nur noch, seine Beteiligung an der Serie von Vorfällen nachzuweisen. Lisa erkannte ihn bei der Gegenüberstellung und behauptete, dass er definitiv der Mann sei, den sie gesehen hatte. Während seiner Festnahme gab Bobby zu, Menschen entführt zu haben, leugnete jedoch schwerwiegendere Vorwürfe. Als ihm jedoch alle Beweise vorgelegt wurden, konnte er das Offensichtliche nicht leugnen und übernahm die Verantwortung für seine Taten. Seine Gleichgültigkeit gegenüber den Geschehnissen war erstaunlich. Selbst hinter Gittern rief er in das Haus einer Bekannten namens Cindy an, die zwei Kinder großzog. Ende November des Jahres 1984 ereignete sich ein bedeutsames Ereignis, als die jüngere Tochter das Telefon ihrer Mutter übergab. In diesem Gespräch teilte Bobby Long ruhig seiner Ex-Frau mit, dass er an einer Serie tragischer Vorfälle beteiligt war, die gerade die Schlagzeilen in Tampa beherrschten. Es war das letzte Mal, dass er in Freiheit gesehen wurde. Am 23. Mai 2019 wurde im Gefängnis Fort in Florida der Tod von Bobby Joe Long bekannt gegeben, nachdem die Behörden ihm eine Injektion verabreicht hatten. Diese Handlung brachte den Familien der Opfer eine gewisse Erleichterung und gab ihnen die Möglichkeit, inneren Frieden zu finden, obwohl der Verlust ihrer Angehörigen unersetzlich blieb. Dennoch leiden jene, die Bobby als fürsorgliche und liebevolle Person kannten, weiterhin. Cindy, Chris und Sarah fühlen sich immer noch schuldig, weil sie seine wahre Natur nicht erkennen und seine Taten nicht verhindern konnten. Besonders Cindy quält der Gedanke, dass sie nicht den Schritt unternommen hat, der den Lauf der Dinge hätte ändern können. nicht verhindern können. Untertitelung des ZDF, 2020